Ja Moin Freund und herzlich Willkommen zu einem T-Trix Wix 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 Klassiks und jetzt mal lass mal die Wix 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 ja nein wir heißen Sie herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Battle of the Play for Free und ja wir zocken heute auf Mühe an mal der Matt mit den vielen Palmen und ja den Palmen ne das war's dann auch schon Palmen ne? Ja Palmen hat schon halt viele so wir gehen jetzt hier runter dann holen und paar Kanaten raus Kamen in den Schlitt liegt Dank komm 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 wir haben sind gekriegt hochzukommen HA ha ich hab hochkommen gesagt wie witzig warte auf mich bitte warte auf mich da vor allem ist es aber nicht mehr sein jetzt auch mal gerade im historischen Punkt da der Konzert auch von und von in der Form und immer ein Jahr der Färbel also auch von hat er war da Junge auch noch mal ordentlich er geht nicht vielleicht macht er keinen Führerschein Führerschein da war der Witz, da war er wieder der Kranke das war aber kein Witz da ja doch der hat mir das überhaupt zurück in die Bestrafungssoldat was hier, komm, nehm ich, nehm ich gerne der Typ, der kann nicht Auto fahren da kann wieder keiner Auto fahren, das geht ja runter und dann, dann springen wir natürlich Jumping Action wohin? und an die Palme haben wir geschossen, glaube ich naja, man kann sehr man kann sagen, was er hier what the fuck wo? ach, wurde gekillt äh, die die Dings geht relativ ab die was haben wir mit? UMP 45 und ja, dabei haben wir noch eine ganze Molte Piste, nämlich die M1911 und jetzt zwei verhärtete Fronten hier die AWARCH die AWARCH SWW gegen die BEDANZ das ist, das ist ein Dings Wollen wir einfach einer rein ah, ne, hat mich gefasst Jo, ich geh jetzt hier am Schutz des BTR hm ne, ich reparier ihn einfach mal fix, krieg noch ein paar Punkte ja, wie das aussieht, ja guck mal richtig episch, alter, ja meine kranke Birne so so jetzt geht's ab und dann fahr ich doch gleich mit komm fahr irgendwann steige ich aus hier dann mach ich mich raus und mach mich nackig ich bin eine kleine Maus so, ok auf jeden Fall das machst du nicht, ne halt schnett vor ok aber für dich mach ich doch immer nix rein in Lage jo, äh jo, du hast wohl auf Unterstützung gewartet, oder was, Bro, ich bin hier ja ne, ich frag den hier oh fuck es ist auch gut, dass du ihn fragst oh mein Gott, das ist ein Medic hm er könnte mich dann eventuell, komm, auf geht's rein oh mein Gott auf geht's rein ja, nicht so rein, ne weißt du, wer das Level da ist? oh scheiße, ich wurde gesnipet von Ice4D oh mein Gott nicht so toll ich dachte nicht, der Medik wird mich wieder aber nein der hat besser was zu tun ah doch, äh, ne ne er hat sich gemacht er hat sich gemacht er hat sich gemacht er hat sich gemacht auch der hat mich mit der KUJ oh man die entsteht doch gar nicht so schlecht, ne er hat mich geholt nicht geholt nicht geholt nicht geholt nicht geholt ja, ich bin auf mir einmal nicht so toll nicht so toll nicht so toll oh, natürlich bin ich bei kritischem, natürlich das ist dein Arm, ist das dein vollster Arm ja, verdammt du nein du hast gesagt, du dachtest, es wäre einer von denen nein ja, hab ich ja auch nein das ist Verstärkungsborn solche dachte ich, das ist von denen aber ich hab's nämlich nicht kaputt gekriegt also es ist anscheinend von denen nicht und dann war's von euch ja, dann kann man stand auf einmal vor mir oder sowas doch von ihnen, ne ja, jetzt auch mal der OMB von mir wirklich geht das überhaupt kaputt zu machen ja, geht echt ja, weil's geht warum geht sowas kaputt zu machen das ist doch ganz positiv, Alter guckt euch an hier guckt euch den geilen Typen an hier ja oh, der ist doch deutsch also da ist so, ich geh jetzt hier auch über die gefährlichste Brücke einfach oh, da könnte ich da auch die King hier ganz hause oh, jetzt wollten wir da Jungle kick, da ist Gott der Distanz ach man, sind wir schlecht wir sind richtig schlecht aber Mühe einmal ist einfach nicht meine, ne einfach nicht das, was ich will einfach nicht meine Karte ja, aber eigentlich müsste ich das hier schon hinkriegen oh, oh ja Autsch ich bin mal richtig getroffen ich bin grad eben überhaupt nicht abmerklich nee, ich bin ja nicht was los ist ja ähm ja, wir verlieren, aber irgendwie nicht gerade aber ja, es hat nicht meine, man, oh man spielt halt lieber, oder so, ob es weiß ja, es ist mir egal, es ist trotzdem viel ich bin das trotzdem akzeptiert ja, ja, akzeptiert Hör auf Hör auf mit den dauernden Vorwürfen so einfach mal eine Fahrzeugkarte Du hast jetzt hier ein Recht auf Kreis Alter was ist das denn bitte? Autsch Mich mit einer Elser weggeholt Junge So wir haben verloren Bum 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 1.800 Punkt Nimm mal noch richtig schön Das ist jetzt schlecht Ach Alex komm jetzt sei einfach mal einmal im Leben leise Oh geil Witzwitz Witzwitz Ähm ja die ersten Fahrzeug sind schon wieder weg heißt Du festgearscht Oh wie die alle losren ja wie die Leute Das geht ja eh richtig nice Wie die Garnegel meinst du wohl Na wie die Garnegel So wir sind auch deutsche Soldaten Und wir können doch einfach mal Alter die könnten doch einfach mal auf uns warten ne Ne Aber nö Jetzt die ganzen wie glatschen alter Die map ist so riesig So junglehaft Das mag ich an der Map nicht so dass das so so war Okay So Ey ich sag's doch jetzt hör auf Pack dich einfach Ey Wies nicht aber Fick deine Mutter oder Fick deine Gene aber irgendwas von beiden Musst du langsam machen sonst wird das nix mehr mit uns So war der 4 mit uns So war der 4 Dann stellen wir ein Oh fuck da kommen sie doch alle mal wieder Und dann viel Spaß Wie läuft denn die Runde zu schwer? Scheiße 1 0 aber 390 Was? Oh! Scheiße! Und kranke Flagge noch mit eingeh'n Was bist du noch nicht gerecht? Wie die alle losgehen hier wie die? Ach du Scheiße Also vor allem bist du noch nicht gerecht? Nein ich werde gleich schrecken Ich werde gleich schrecken Ich werde gleich ich werde so fortrecken Da habe ich gerade festgestellt Okay Heiter ist es doch undenkbar ist die abziehen Ey Alter halt doch einfach die Schmerze Mann Junge Oh Gott Verstärkungs-Sport Oh mein Gott das sind mehrerer als von denen Als ich dachte Gott sei Dank Ich hätte welch die U.N.P. von 40 und nicht mit Hand nehmen Aber ich habe es einfach getan Komm lauf Krieg man es halt noch hin Ja ich weiß ich bin böse Autsch Aber es hat mich auch nie gefragt was die kleinen Kinder mit mir damals gemacht haben Oh mein Gott Keap Dutzlos bleibt Ach Scheiße Nein Nein A Die sind alle die so visionales überstehen E die die Kommandante die sind Kürtel die Nein später Kranach ich war es so weit von dem Ding entfernt das kann nicht sein das ist nein lieblich abhängig wurde wiedergeholt sehr schön nicht wurde einfach wieder das ist einfach so unscheinbar mit Hilfe bei Köln das ist ein bestätig ist durch die Stelle war genau von dem Gegner und merkt es nicht ja und dann aus schweizieren gestorben Dein Ernst die Strecke die Strecke gestrugt nicht mehr raue Säder jetzt er die Stachtschule die Zwei Brinkert auch 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 Ruhmengeld Bad die Steine keine gute Deckung so für die auch kranker Laufkarte ich kann doch auf der fünf Leute haben sich getötet ich bin 2 so kommt auch die Städte ja wie es nicht auf Freude die Städte wenn ich sehr erinnert mit dem Tieralltag immer so soziale Analyse also soziale doch das war doch alles damit gemeint ist unsere Gemeinde ist eine sehr offene Gemeinde, weil wir eine Gemeinde sind, die offen ist das war jetzt die Rang-Gruppe Begrüße Begrüße Erklärung von der Gemeinde Alex gehst noch in die Gemeinde, den Tag, verdammt der Scheibenkleisterkacke das ist keine gute Idee was ihr macht nein, das ist gar keine gute Idee, alles von der Fahrzeuge machen ja, Hilfe bei kritischen Kiel ja, weil du dir vielleicht, weil du dir vielleicht ein oder zwei Leben abgezogen hast, oder was? mein Gott, scheiße die werden alle unterbezahlt die werden überbezahlt, die werden überbezahlt die unterbezahlt hier alle runter wieder anbrennen alle runter da war auch noch ein Witz ach scheiße du mein Fehler, 0,3 oh Gott, das will wie kann man das so nennen ich weiß es nicht, es ist zu viel Minderwertigkeit auf diesem Land, Alex auf diesem Land du bist eines davon ne, super das ist einfach so viel Minderwertigkeit auf diesem Surfer ja ja, gut oh mein Gott das ist so die Fälle, sag ich dir aus wo ist die Elsaat ich sehe die einfach nicht ich sehe die einfach nicht was ich tun nicht, hallo die Kinder sind alle das gibt's doch nicht dann steht ja auch sei und fühlen soll natürlich 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 so jetzt wird sie auch umgebracht die Elsaat kann nicht umgebracht werden der Typ der sie hält die Elsaat ich sag mal zu den Leuten, weil ich mir den Namen nicht merken will Elsaat mein Fehler 0,3 das ist doch eher, du bist die Geburt die Geburt ist der Fehler also du bist der Fehler egal, scheiße hat man das auch geklärt, ne ja, ich hab's kapiert da wollte ich gehen man kriegst es kann eine Bestruppe hier die Struppe Struppe what the fuck dein Problem, man nein, dein Fehler NACHT er sagt, es ist scheiße ich hasse dieses Kack-Ding ist Kack-Ding Jörg, Ne, Ja Modu hier wollen Japsen da haben wir wieder schwarz Japsen 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 echt oh, witzig rassistisch bin ich gut Japsen Japsen er hat es denn aber auch 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 die Europäne Mürnberg wird definitiv nie meine Lieblingsmärkte das ist alles wieder der Mann von der Fisch ist aber zu Baumdecke hier ist ganz ungestreue und gestreut das ist es nicht weiß genau was ich damit meine die Wagen ja genau so viel warum ist der Stein eigentlich keine gute Lösung weil er keine Lösung da kam die Erwerbung ins Gestürt Alex mein kleiner Ah, meine kleine Wurst. Wurst. Da war auch wieder. So, Witz. Hast du den gesehen? Nee, nur gefreut. Ich hab nur gefunden. Warte, wie sehen das denn? Hast du doch jetzt hier gleich? Wusste ich's doch. Sieg. Sieg. Meine Freunde, Sieg. Und damit sagen wir auch schon wieder Tschüss. Goodbye. From the Germany. Und jetzt Tschüss aus Rhein.